Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich glaube, es ist unser dritter. Ich freue mich riesig. Und natürlich sind wir wieder zu zweit. Hallo Nicole, schön, dass du dabei bist. Hallo meine liebe Annette. Ja, es ist mittlerweile das dritte Mal. Ja, das ist voll toll. Und wir wollen heute so ein bisschen über den Support untereinander sprechen. Also gerade so im Food-Bereich, das ist ja das, wo wir eigentlich aktiv sind. Und ich habe das schon so oft in anderen Bereichen gesehen, dass das wirklich bei Meinungsbloggern oder Ähnlichem ganz, ganz anders gehandhabt wird als bei uns. Und viele von uns sind eigentlich mehr oder weniger Eigenbrötler geworden. Und ich finde das super schade. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das beobachte ich auch, wie du schon gesagt hast, bei anderen. Da kenne ich das gar nicht so, ob es jetzt, wie du schon sagst, Meinungsblogger sind oder Beauty-Blogger oder ganz andere. Das sind eher so Eigenbrötler, glaube ich, die so vor sich hin arbeiten, vielleicht mit ihrem Team, mit ihrem eigenen Team hintendran, aber nicht so als Gruppe, so wie ich das von uns Food-Tubern schon seit Jahren kenne. Ja, ich finde es wirklich, ich finde es super schade. Vor allen Dingen, man vergibt sich dabei eine Menge, glaube ich. Und du warst ja letzte Woche hier bei mir, hast mich ja besucht. Das war ja, ich habe mich so gefreut. Das war mega. Ja, es war so mega. Die haben gemeinsam gekocht, wir haben gemeinsam gestreamt. Über drei Stunden sogar, ne? Ich glaube, dreieinhalb Stunden. Ja, es war dreieinhalb Stunden. Auf Annettes Twitch-Account haben wir letzten Montag, beziehungsweise dann, wenn ihr den Podcast hört, ist es sogar schon zwei Wochen her, haben wir live gestreamt und leckere Sachen zubereitet. Ja, gekocht haben wir. Asiatisch, beziehungsweise japanisch gekocht und haben dann danach alles, was du gekocht hast, gegessen. Ja, wir haben zusammen gekocht. Ich habe daneben gestanden und habe zugekommen. Ja, du warst meine Chefin. Du bist ja auch gesundheitlich aktuell angeschlagen mit nur einem Arm und von daher war ich halt deine fehlende Hand. Ja, aber es war so schön. Es hat so Spaß gemacht, wirklich. Ja, das stimmt. Also das war toll. Das war wirklich, wirklich toll. Und man, das ist das, was ich meine, weißt du, so, also sich untereinander so ein bisschen unterstützen, supporten. Wir haben in dem Stream ja auch über dein Kochbuch gesprochen, über dein Backbuch, wie komme ich jetzt, weil wir gekocht haben deswegen, über dein Backbuch gesprochen. Wir haben über deine Aromen gesprochen, die du ja jetzt aktuell neu in deinem Sortiment hast, die mega geil sind. Also die habe ich ja auch schon probieren können, dürfen. Und ich finde es so schade, dass es das so untereinander wirklich wenig gibt. Wirklich, wirklich. Und es wird immer weniger, finde ich. Ja, das stimmt. Gerade auf YouTube wird es immer weniger. So habe ich eigentlich auch das Gefühl. Und ja, wie du schon sagst, dieses Miteinander, das, was nicht nur wir beide haben, sondern wir sind ja noch viel mehr Foodblogger, die einfach Kontakt haben, die einfach Erfahrungen austauschen, sich treffen, sei es direkt treffen, so wie ich jetzt zu dir gekommen bin oder ob man sich einfach in der WhatsApp-Gruppe. Wir haben zum Beispiel auch eine WhatsApp-Gruppe, wo man sich einfach auch immer wieder austauschen kann. Und das ist einfach so dieses Schöne an unserer, ich sage jetzt mal Foodie-Gruppe, die wir in den letzten Jahren geworden sind. Ja, ja. Also aktuell ist es ja so, dass wir auch den FOHK-Plan, du bist ja Gott sei Dank auch wieder als organisatorisches Talent mit dabei und unterstützt mich da. Ja, unterstützt mich da. Doch, ich finde schon. Also für mich bedeutet das, ich kann ein bisschen was abgeben und das ist beim FOHK eine Menge Arbeit, deswegen freue ich mich, dass du dabei bist und mir hilfst. Und von daher, da suchen wir ja auch gerade wieder Teilnehmer, also Foodtuber, die mitmachen und ja. Ja, einfach mit einem Video im Adventskalender, der FOHK, also wer es nicht kennt, ist, der FOHK ist der Food-Adventskalender, der jedes Jahr ja stattfindet auf den verschiedenen Kanälen. Also bei jedem Foodtuber, der ein Video beisteuert, findet dieser Adventskalender statt und vom 1. bis zum 24. Dezember und ja, seit letztem Jahr unterstütze ich dich. Da ja, zusammen mit Froni und Nico von salala.de, die haben ja im letzten Jahr auch ganz viel und ganz tatkräftig, haben wir das zu viert auf die Beine gestellt, weil das ist echt viel, viel Arbeit. Ja. Und das habe ich dann ja auch erst mal gesehen und momentan finde ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist YouTube einfach extrem rückläufig. Ja. Videos werden nicht mehr so angeguckt, das ist ja auch der Grund, warum viele Food-Youtuber inaktiv oder inaktiver geworden sind, weil einfach die Aufrufzahlen natürlich nicht mehr, ja, natürlich nicht mehr so hoch sind wie vor einigen Jahren und somit natürlich auch die Sichtbarkeit deutlich kleiner geworden ist und man einfach da nicht vorwärtskommt, so richtig vorwärtskommt. Und macht es natürlich auch mit jedem Jahr vom Food-Adventskalender nicht viel einfacher, weil natürlich, also wenn ich überlege, wer vor zehn Jahren, der Food-Adventskalender hat zehnjähriges Jubiläum übrigens dieses Jahr. Aber wenn ich es so sehe, wer vor zehn Jahren, vor neun, acht, neun, zehn Jahren dabei war, also die gibt es ja zum Großteil heute schon gar nicht mehr. Es kommt kaum was nach und da ist es halt momentan für uns echt schwierig geworden, auch wirklich jedes Türchen, jedes der 24 Türchen mit einem tollen Food-Youtuber, egal ob Back- oder Kochbereich, ähm, zu bestücken. Was vielleicht auch eine Idee wäre, das wollte ich eigentlich, das hatte ich mit dir jetzt noch gar nicht abgesprochen, aber vielleicht findet man den ein oder anderen Bastel-Food, äh Food-Tuber, nein, Bastel-Youtuber, der vielleicht da irgendwas Weihnachtliches bastelt oder so. Das könnte man vielleicht auch noch überlegen, ob man da den ein oder anderen kennt oder vielleicht hört gerade jetzt jemand zu, der sowas macht und hat da vielleicht einfach Bock drauf und schreibt uns einfach an. Also das wäre vielleicht auch, ich habe dich zwar jetzt ins kalte Wasser geworfen, aber vielleicht, nee, alles. Das wäre eine Überlegung, ähm, um einfach auch diese vielen Lücken, die einfach auch über die Jahre, auch wenn wir schon einen Zusammenhalt haben von verschiedenen Food-Kanälen, nichtsdestotrotz sind auch da in den letzten Jahren Lücken entstanden, weil natürlich auch der ein oder andere aufgehört hat. Wie zum Beispiel, also Beispiel ist jetzt, also wer aufgehört hat, ist die Eva von Evas Bug Party und dann gab es auch mal Eat and Smile, ähm, die gibt es nicht, schon lange nicht mehr und The Crowds gab es auch mal, also ich könnte da jetzt, wenn ich überlege, einige aufzählen, die, ähm, einfach auch aufgehört haben. Wie man sich beruflich verändert, so passiert das hier natürlich auch. Ja, also ich weiß, die ersten zwei Jahre waren schwierig, weil das ein ganz neues Projekt war und die Leute dem nicht so wirklich vertraut haben, aber ab Jahr drei war es wirklich so, ähm, dass, also die, die Plätze waren eigentlich super schnell vergeben, ne, und seit letztem Jahr oder vorletztem, ja. Gut, vorletztes Jahr habe ich ja noch nicht so mitgearbeitet, da hatte ich das ja noch nicht so im Blickfeld, aber es war letztes Jahr schon schwierig gewesen, alle 24 Tage zu bestücken und, ähm, ja. Ja, ja, es ist schwierig geworden, ähm, da einfach genügend auch zusammenzutrommeln. Die, die jetzt noch so diesen Zusammenhalt haben, sich einfach auch, ähm, regelmäßig treffen oder auch Erfahrungen auf, äh, WhatsApp etc. austauschen. Ja, wir sind doch mittlerweile ein etwas kleinerer Kreis geworden. Aber ich bin froh, dass es die Jungs und Mädels immer noch gibt. Ja, 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 ähm, ich, äh, ich hab gerade, ich bin gerade so, als du das so erzählt hast, ne, hab ich so eine kleine Zeitreise gemacht. Echt? Und, ja, ja, und hab mal so zurückgeguckt und, ähm, es macht mich wirklich traurig. Es macht mich tatsächlich traurig. Weil ich fand es so toll. Also, man hat wirklich, es war wirklich dieser Zusammenhalt da und man hat, äh, sich gegenseitig, ähm, so ein bisschen unterstützt. Hey, kannst du mal, wie ist denn das und so? Und ich weiß noch, dass wir uns, äh, Fragen gestellt haben, wie machst du das mit deinen Bildern? Und wie, 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 wie arrangierst du das richtig und so? Und, und, und. Ja, das gibt es ja heute auch noch, ja. Ähm, in unserer, äh, klein gewordenen Gruppe gibt es das ja heute so auch noch. Aber, das stimmt, es ist nicht mehr so groß, wie es früher doch mal war. Gewesen ist, ja. Weil ich glaube, es gab auch ganz, ganz viele, und das ist, äh, etwas, was von den meisten auch unterschätzt wird, die gedacht haben, okay, ich mache jetzt Food-Videos und dann werde ich ganz schnell ganz groß. Es gibt mit Sicherheit die Ausnahmen, aber das sind wirklich Ausnahmen, die man, glaube ich, an zwei Fingern abzählen kann. Und das war's. Und das ist wirklich, du musst, du musst, also wenn du, wenn du eine der Ausnahmen bist, dann hast du nicht nur Glück gehabt, sondern dann hast du vielleicht auch eine Gemeinschaft hinter dir stehen, die dich pusht und, ähm, die dafür sorgt, dass du groß wirst. Und ansonsten, ähm, ist das, ist das eigentlich fast unmöglich. Also, du musst schon ein bisschen Glück haben und, äh, du musst eine gute Idee haben, um das umzusetzen und, und, ähm, dann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, bei der richtigen Stelle sein. Und dann, und das ist manchmal schwierig, glaube ich. Ja, ja, man muss sich natürlich auch selber immer motivieren. Ich meine, ich muss mir an die eigene Nase greifen. Ich mache ja auch selber nicht mehr so viele Videos. Aber dadurch, dass wir einfach auch eine kleine Gemeinschaft sind, diese kleine Food-Gemeinschaft, ähm, motiviert es mich doch immer noch, einfach weiterzumachen. Und das ist ja das auch, was du so zu Anfang gesagt hast. Das ist ja das Schöne bei uns, dass wir einfach so eine kleine Gemeinschaft sind. Übrigens, ähm, jeder kann unserer Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft, das hört sich irgendwie an wie eine Sekte. Nein, ist es natürlich nicht. Nein, aber jeder kann sich... Nein, das wäre es natürlich nicht. Foodie-Sekte. Nein, es hat sich gerade so, wo ich das gesagt habe, mit der Gemeinschaft, denke ich, das hört sich an wie eine Sekte. Nein, das kann natürlich auch jeder. Ähm, sei es jetzt beim Food-Adventskalender mitmachen, sei es mit uns in Kontakt treten, mit uns, äh, anderen Food-Tubern, ob jetzt WhatsApp oder einfach per E-Mail mit uns in Kontakt treten. Weil ich finde das einfach schön, dass man sich untereinander austauschen kann, was man so bei anderen Kanälen, egal in welchem Bereich, ja eigentlich gar nicht hat. Denn ich glaube, wir müssen auch zusammenhalten, dass wir nicht letztendlich komplett aussterben auf YouTube als Food-Bereich. Es gibt die ganz Großen, die sind Eigenbrötler, die machen ihr eigenes Ding, ja. Ja, ja. Aber es gibt halt auch Hunderte, vielleicht sogar auch Tausende kleine. Ähm, ähm, und es gibt ja keine wirkliche Begrenzung. Also wir stellen uns nicht hin und sagen, du hast 200 Follower, dich nehmen wir nicht oder so. Nein. Das ist ja völliger Quatsch, ne? Erst recht nicht für den Food-Adventskalender. Also da gibt es ja überhaupt keine Begrenzung. Ja, genau. Ja, im Gegenteil. Es ist ja auch von Vorteil, also wer den Food-Adventskalender kennt, ähm, der weiß das ja, wie das Ganze abläuft, dass jeden Tag auf einem anderen Kanal ein virtuelles Türchen mit einem leckeren Rezept, äh, geöffnet wird. Und dann kommt die Rezepterklärung. Es gibt, ich hoffe so auch in diesem Jahr, hinter jedem Türchen einen Gewinn. Das heißt, jeden Tag kann man, kann der Zuschauer etwas gewinnen, wenn er an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte. Und es wird natürlich in diesem Türchen, ich sage jetzt mal, das ist jetzt zum Beispiel heute bei mir auf meinem Kanal und ich sage natürlich und morgen, das sechste Türchen wird auf dem Kanal von Annett, von Annettes Backstübchen geöffnet. Und so geht das natürlich auch immer weiter. Und somit ist das für jeden natürlich auch eine kleine Werbung, gerade wenn halt auch größere Kanäle. Ich sage mal, wie jetzt ich dabei bin, die Chrissy von Amerikanisch Kochen oder auch der Herr Esslust, ist es natürlich auch eine Chance, noch ein bisschen bekannter zu werden. Ja, genau. Und das ist ja, ja, das, und das finde ich auch völlig legitim. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Und jeder, der zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mich vielleicht unterstützen oder kannst du mich vielleicht supporten oder ich würde dir gerne, weiß ich nicht, das oder das zukommen lassen, könntest du vielleicht so ein bisschen, ja, warum denn nicht? Ja, natürlich. Weißt du, warum denn nicht? Also ich breche mir doch da kein, genau, und ich breche mir keinen Zacken aus der Krone. Im Gegenteil. Ich gucke mir doch gerne andere Sachen an, lass mich davon inspirieren. und vielleicht ist es ja so, dass man sich etwas anschaut und denkt, oh, ich habe, weil ich mir das gerade angeschaut habe, eine richtig tolle Rezeptidee, das möchte ich umsetzen. Und das wäre mir vorher gar nicht eingefallen, weil ich ABC nicht gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Ja, sicher. Und deswegen, ich finde das, ich finde das so, 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 so schön. Und ich kann das, ich kann das nur immer wieder sagen, als du gesagt hast, ich komme zu dir, habe ich wirklich hier gesessen und habe gedacht, das meint sie nicht ernst, sie kommt jetzt nicht extra, nur wegen mir nach Berlin und fährt diesen weiten Weg. Und dann hatten wir uns ja verabredet und du hast mich dann gefragt, kannst du mir eine Unterkunft empfehlen oder so? Und ich hatte dir ja dann einen Link geschickt und du sagst, ja, Hotel ist bestellt. Und ich so, okay, sie kommt wirklich. Sie kommt wirklich. Weißt du? Ja, natürlich. Ich kenne da, ich kenne da auch nichts. Ich meine, es ist ja auch ein, also finde ich, ein toller Beruf, selbstständig. Ja, ich bin natürlich, wir sind natürlich selbstständig, wie es der Name sagt, ist natürlich auch selbst und ständig, aber es ist halt auch, ich finde es ein toller Beruf, egal ob ich jetzt hier zu Hause bei mir kreativ bin oder ob ich woanders zu Besuch sein darf. Ich kenne da ja gar nichts. Ich fahre da von mir aus auch durch ganz Deutschland und ja, und fahre auch gerne 600 Kilometer von mir zu dir, um mit dir abends einen Livestream zu machen. Also ich kenne da gar nichts. Das macht mir einfach auch Spaß. Es ist nicht nur mein Beruf, es macht mir einfach auch Spaß. Also erstens mal das Ganze zubereiten. Okay, ich bin zwar im Backbereich, aber ich koche natürlich auch gerne und es hat mir auch mega Spaß gemacht, das mit dir zu kochen, aber sich auch einfach zu treffen. Und ich meine, ich war ja auch nicht nur diesen einen Abend bei dir. Ich war ja insgesamt drei Tage in Berlin. Gut, erster und dritter Tag bin ich natürlich an- und abgereist, aber wir hatten ja noch einen zweiten Tag, wo wir ganz, ganz viel gequatscht haben. Und das finde ich halt auch so wichtig, dass man sich einfach auch austauscht. Okay, wir haben auch viel über Privates gesprochen, aber es ist natürlich auch viel Geschäftliches gelaufen, wo man einfach Erfahrungen auch austauscht. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man einfach, dass man einfach so eine Gemeinschaft hat, so wie das jetzt bei uns Foodies ist, wo man sich einfach auch austauschen kann. Ich kann mich auch an Jahre erinnern, wo man dann auch mal so, oh Gott, wie mache ich denn das jetzt? Und wo habt ihr denn das gefunden? Weil man sich einfach in manchen Sachen noch nicht so gut auskannte oder sich einfach Tipps geholt hat. Oder ich hatte auch schon eine Anfrage, hey Nicole, sag mal, deine Bilder sind immer so toll, wo bearbeitest du die denn? Wie hast du das Logo gemacht? Wie kriegst du denn dieses Logo als PNG auf dieses Bild drauf? Oder einfach so Kleinigkeiten, wo man im ersten Moment denkt mal, okay, wie mache ich das denn jetzt, dass ich da das Logo auf mein Bild drauf bekomme? Und so hat man einfach diese Leute, die man kennt, sei es per WhatsApp, sei es per E-Mail oder auch persönlich, wo man dann einfach mal fragen kann, hey, sag mal, kannst du mir da mal helfen? Wie hast du denn das gemacht? Und das ist einfach das Schöne, wo man einfach auch in den letzten Jahren sehr viel, oder ich persönlich sehr viel mitgenommen habe und noch mitnehme und auch sehr viel gelernt habe und auch immer wieder neu lerne. Ja, ja, kann ich dir, kann ich dir nur 100 Prozent zustimmen. Ich finde das auch schön. Vor allen Dingen ist es ja so, ich meine, ich kann mich ja jetzt hinsetzen und kann Dr. Google befragen oder Tante Google und sagen, so, jetzt sag mir doch mal, wie kann ich das denn so und so machen? Aber viel besser ist es doch zum Beispiel, jemanden zu fragen, wer sich damit auskennt. Und jetzt fällt mir gerade eben ein, ich habe noch eine Frage wegen Instagram. Okay. Okay. Ja, es ist auch, ja, man kann, Google, finde ich, passt manchmal, ja, da kriegt man auch ad hoc richtige Antworten, aber manchmal durchwühlt man sich dadurch die erste Seite und hat es trotzdem nicht so richtig beantwortet. und da ist es natürlich, wie zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, sehr viel einfacher. Hey, könnt ihr mir mal helfen? Wer hat damit Erfahrung? Entweder kommt dann gar nichts oder, aber es kommt aber immer jemand, der sagt, ja, kenne ich, mach das so und so und so und so. Sei es jetzt mit einem Programm oder so, ja. Ja, oder Empfehlungen für Hardware, also Kameras oder Mikrofone oder wie auch immer, wenn man nachvertonen will, weil es gibt Mikrofone, die hören sich einfach furchtbar an. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Das hört sich blechern an und das ist irgendwie, also für jemanden, der zuhört, sehr, sehr anstrengend. Deswegen muss man wirklich gucken, was für ein Mikrofon man nimmt. Die Kameras müssen stimmen, damit man wirklich ein schönes Bild hat. Es muss die Ausleuchtung stimmen. Das ist es ja, man muss das richtig schön ausleuchten. Sobald es anfängt, irgendwo Schatten zu werfen, ist es nicht schön. Das sieht einfach nicht unschön aus. Es sieht einfach unprofessionell aus. Und das sind so Sachen, die man sich dann gegenseitig helfen kann. Aber was ich noch sagen wollte zu Instagram, ich bin ein absoluter Instagram-Plepp. Also ich raffe dieses Portal einfach nicht. Dafür bin ich, glaube ich, ich wollte gerade sagen, dafür bin ich zu alt, aber du raffst das, weißt du. Dafür geht es mir aber mit Twitch so. Okay. Ja, also du beschäftigst dich regelmäßig mit Twitch, weil du dreimal die Woche dort streamst. Dreimal die Woche, gell? Ja. Und ich beschäftige mich tagtäglich mit Instagram, TikTok und Facebook und kenne mich natürlich da aus. Dafür ist Twitch für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Okay. Das traf ich null. Dafür ist es so einfach. Kannst du mich gerne fragen, wenn du was bei Instagram wissen möchtest. Ich fand das ja so witzig, dass du dich bei den Alerts immer so, es ist nicht immer ganz komisch angeguckt, wenn irgendein Alert losgeht. Ja, ich meine das mit dem Trink-Alert, das habe ich dann beim zweiten Mal, habe ich das dann schon geschnallt. Ja, als der, als die Trink-Erinnerung kam, aber so die anderen. Oder irgendwann hat es mal geklopft. Ja. Und ich denke auch so, wo klopft es denn jetzt? Ich habe so ein bisschen, ich glaube so seltsam um mich geguckt, wo es jetzt hier geklopft hat. Und dann war das ja bei dir auch irgendein Alert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es war. Und du hast mich dann halt aufgeklärt. Das sind halt Dinge, damit kenne ich mich halt überhaupt nicht aus, wie ich sowas auf Twitch, wenn ich jetzt auf Twitch live streamen würde, ich hätte da null Plan. Ich würde die Kamera anmachen und das war's. Aber siehst du, da könnte ich dir dann helfen. Ja, genau. Ja, nee, also Instagram ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln, so wie Twitch für dich, obwohl es einfach, also wenn man sich wahrscheinlich ausführlicher damit beschäftigen würde, würde man es auch verstehen. Aber ja, das ist halt einfach nicht meine Plattform irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ja, ja, wobei Instagram halt auch echt eine wichtige Plattform ist, weil man da halt auch mit den Reels auch mal ganz schnell ganz viele Menschen erreichen kann. Die gehen ja teilweise durch die Decke, genauso auch wie bei TikTok. Ich habe mich auch bei TikTok, ich habe mich Jahre dagegen, was heißt Jahre, aber als TikTok vor ein paar Jahren auf den Markt kam, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, es war sogar noch vor Corona. Ich habe mich so dagegen gewehrt, wollte das nicht. Ich habe da zwar mal geguckt, aber irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich nicht so ganz aussterben will als Nicoles Zuckerwerk, muss ich da doch mal am Ball bleiben. Und seither gibt es ja auch regelmäßig TikToks von mir, wobei TikTok auch nicht unbedingt meine Lieblingsplattform ist. Es ist eigentlich die Plattform, die ich für mich persönlich an allerletzte Stelle stellen würde, weil sie einfach unfreundlich und frech ist, was die Zuschauer betrifft. Das kenne ich auf allen anderen Plattformen überhaupt nicht. Dieses Böse, was da manchmal so geschrieben wird und dieses Freche. Und ja, ich poste dasselbe Video, immer zeitversetzt auch als Instagram Reel. Und da schreibt mir keiner drunter, ey, wie scheiße ist das? Und wie doof bist du? Und hast du nicht gesehen? Aber bei TikTok lese ich das alles. Und ja, deswegen also Instagram, wie gesagt, kannst du mich gerne fragen, wenn da irgendwas ist. Ich behaupte mal, dass ich mich ganz gut damit auskenne. Ja, was ich zum Beispiel auch schade fand, darüber hatten wir uns unterhalten, als du hier warst. Du hast ja vor, oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber du hast ja vor drei Jahren, glaube ich, diese Wassermelonen-Torte, diesen No-Bake-Cake gemacht, ne? Zwei Jahre. Zwei Jahre. Okay. Ich glaube, 21 ist es her, ja. Und du hattest den vor zwei Jahren gemacht. Sogar schon zweieinhalb Jahre her, ja. Dieses Jahr ist der viral gegangen. Ja. Richtig? Ja. Und es gab, glaube ich, hast du mir erzählt, nur zwei Kanäle, die dich überhaupt verlinkt haben. Ja, man muss auch dazu sagen, gut, bei mir ist dieses Video bei TikTok im letzten Jahr viral gegangen und dieses Jahr geht, ist das auf anderen Kanälen, also nicht auf meinen, viral gegangen. Ich habe diese Melonen- No-Bake-Torte das erste Mal vor, ich glaube, das ist zweieinhalb Jahre her. Ich meine, es war im Frühsommer, ich meine sogar, ich habe den Livestream nicht mehr. Ich meine, aber ich habe das damals mit der Madeleine von Madeleines Schlemmerparadies und der Annika von Genussvoll im Livestream haben wir diese Torte gemeinsam gemacht, die ich mir ausgedacht habe. Ja. Und dann habe ich die auch in meinen Instagram-Reels, habe ich die auch veröffentlicht irgendwann. Ich habe die dann irgendwann nochmal als Reel abgedreht und habe die veröffentlicht und habe die auch letztes Jahr im April, da war ich sogar im Urlaub gewesen. Da habe ich die aus dem Urlaub, habe ich dieses Video veröffentlicht und das hatte innerhalb von einem Tag, hatte das eine Million Aufrufe auf TikTok. Ist aber schon ein gutes Jahr her. Und dieses Jahr ist dieses Ding sowas von viral gegangen auf anderen Kanälen und zwar auf dem Kanal von Fabi und Phil, heißen die. Das sind zwei, das sind Brüder, zwei, ich glaube 17 sind die, also zwei junge Typen, Fabi und Phil, die auf TikTok, Instagram und auch auf YouTube unterwegs sind und die haben mich verlinkt. Also die haben zumindest in der Caption, stehe ich da irgendwo, das Rezept gefunden bei oder sowas. Ja, aber es gibt auch, ich habe dieses Rezept auch auf anderen Plattformen gesehen und es ist wirklich, also so groß können die Zufälle nicht sein. Ich sage mal, keiner erfindet das Rad für den Rührkuchen neu, aber dieser Kuchen habe ich so viel oder einige, was heißt so viel, einige Male gefunden und das Rezept wirklich eins zu eins, das, was ich vor zweieinhalb Jahren gemacht habe. Und da steht nirgendwo, ich habe das da und da gesehen oder da und da gefunden. Selbst in der Zeitung habe ich das Rezept eins zu eins, zu 100 Prozent mein Rezept gefunden und das sind halt so Sachen, die mich ein bisschen traurig gestimmt haben. Also, dass man da einfach nicht erwähnt wird oder nicht mal angefragt wird oder nicht mal die Info bekommt. Ich sage mal, wenn eine Zeitschrift mich anfragt, ja, ich hatte das jetzt auch, hey Nicole, wir finden deine Melonentorte so toll, dürfen wir die veröffentlichen? Natürlich dürft ihr die veröffentlichen, da ist dann ein Bild von mir mit dabei, das habe ich auch gemacht. Es geht aber jetzt hier um eine ganz andere Zeitschrift, die angefragt hat, die mich weder angefragt hat, dort gibt es einfach dieses Rezept. Nicht mein Foto, auch ein eigenes Foto, aber das Rezept ist wirklich eins zu eins von mir und das finde ich halt so ein bisschen schade und deswegen freue ich mich natürlich auch immer, wenn ich da einfach verlinkt werde. Ich muss ja nicht hochgepriesen werden wie Gott im Himmel, aber man kann es ja in die Caption schreiben. Rezept Inspiration oder wenn man auch nur inspiriert worden ist oder Rezept gesehen bei oder man erwähnt es einfach auch im Video oder gerade wenn es halt auch so Zeitschriften ist oder irgendwelche Online-Rezeptportale, die dann einfach auch netterweise oder ja, einfach anfragen, hey, wir finden das Rezept so toll, wir würden das gerne verwenden oder so irgendwas. Ja, das ist der Hammer und das Geilste daran war, gerade bei TikTok musste ich mir schon das ein oder andere Mal unter meinem Video, was schon ein Jahr dort online ist, Fabi und Phil haben ihr Video vor ein paar Wochen da eröffnet, da veröffentlicht, nicht eröffnet, veröffentlicht und ich muss mir unter meinem Video anlesen, dass ich das nachgemacht habe, wo ich dann denke so, Leute, guckt doch einfach nur auf das Datum und ich habe da echt viel drunter löschen müssen, weil ich mir da auch einiges drunter anhören musste, dass ich das Video oder dass ich die Idee geklaut hätte oder ich hätte es nachgemacht und haste nicht gesehen, obwohl mein Rezept schon ein Jahr auf TikTok online ist. Aber gut, ja, das sind halt so Dinge, die stimmen mich dann immer mal so ein bisschen traurig, aber ja, so ist das. Das ist mega abgefahren, wirklich. Tja. Das ist wirklich, das ist wirklich traurig. Ich meine, es gibt Rezepte, weiß ich nicht, da ähnelt sich das vielleicht, weil... Das ist aber schon kein Ähneln. Nee, nee. Das ist optisch genauso, wie zuorten ist das gleich. Das meine ich ja nicht, aber es gibt, es gibt, es gibt ja Sachen, da stellt man einen Weihnachtsmann auf eine Torte und dann sagt der Nächste, ey, warte mal, das ist aber meine Idee. Nein. Weißt du, also das ist Quatsch. Aber das ist ja nun wirklich offensichtlich von dir inspiriert, also von deiner Torte inspiriert. Ja, ja. Vor anderthalb Jahren war ich ja in der VOX-Sendung allererste Sahne und da muss man ja etwas mitbringen, etwas Gebackenes, was die vier anderen Kandidaten, Kandidatinnen nachbacken müssen. Und bei mir war das eine Melonentorte, die ich aus einem Spinatteig zubereitet habe und das ganze Ding war halt Grasgrün und sah aus wie eine Wassermelone und die Sendung ist ja letztes Jahr im Februar oder März war es, ist die ausgestrahlt worden und anhand dieser Melonentorte, die ich für allererste Sahne ja gemacht habe, da ist ja diese Idee auch damals ist schon diese Idee entstanden, man könnte das ja auch als No-Bake-Sommer-Torte mal machen und deswegen hatte ich das dann damals im Livestream mit Madeleine und mit der Annika gemeinsam haben wir diese Torte dann zubereitet, ja. Ja, ja, also von daher aber gut. Ja, aber das ist halt auch das Schöne, wenn man halt auch andere Menschen kennt, die so im selben Bereich sind wie man selber, man kann sich einfach auch ausheulen und man wird auch verstanden. Ja, ja, ja. Aber gut. Also, Aufruf an alle. Wir sind jetzt etwas ausgeschweift. Ja, Entschuldigung. Wenn ihr sowas macht, dann lasst doch wenigstens ein bisschen Liebe da, also und seht zu, dass ihr die entsprechenden Kanäle dann auch verlinkt oder erwähnt oder wie auch wie du schon gesagt hast, es geht nicht darum, weil ich irgendwo gesehen habe, dass da irgendwas auf einer Torte drauf steckt und ich das vielleicht genauso mache, aber wenn halt Rezepte eins zu eins übernommen werden und das Ganze optisch, ich sage mal, natürlich gibt es Kuchen, die sehen, ich sage mal, eine Schwarzwälder Kirschtorte, sieht bei mir genauso aus wie bei dir und wie bei 5000 anderen Bäckern, ja, aber ja, wenn es dann halt wirklich sowas Spezielles ist und diese Low-Bake-Melonentorte war schon recht speziell gewesen in der Optik und auch in der Zeitung und ich finde sowas, ja, das ist so ein fünklichen Anstand wenigstens und wenn man es nur in die Caption schreibt, also habe ich gesehen bei. Genau, darum geht es, darum geht es, und dann ist es ja auch völlig in Ordnung und man stellt sich hin und sagt, ja, gut, genau dafür ist es ja gedacht, also man möchte ja, dass die eigenen Rezepte gesehen werden, ne? Ja, gerade wenn es dann so super speziell ist. Genau, genau, also darum geht es ja und wenn man sieht, okay, alles klar, derjenige hat wenigstens erwähnt, inspiriert durch oder gesehen bei oder wie auch immer, dann sagt man, okay, das freut mich, die Leute wissen halt, wo der Ursprung ist. Ja, ja, das fand ich ja auch so cool von Fabi und Phil, das sind echt riesen TikToker, hätte ich im Leben nicht gedacht, ich war so überrascht und in dem Moment war so ein kleines, ich sage mal, so ein Fangirl-Moment, wenn so riesen TikToker dich da auch noch verlinken, also ich habe das, ich habe den Bildschirm von meinem Handy meinem Mann gezeigt und das war so ein kleiner Fangirl-Moment für mich. Wie süß. Ja, auch wenn das, auch wenn das zwei Jungs sind, die könnten locker mal meine Kinder sein, ja. Ja. Aber es war schon ein schönes Gefühl, dass gerade so zwei ganz Große einem da wirklich auch erwähnt haben. Ja. Das hat man eigentlich, kennt man sonst eigentlich von anderen riesigen Food-Youtubern oder anderen YouTubern überhaupt nicht. Nee, die stellen sich dann eher hin und sagen, ich bin größer als du. Ja. Ist meins. Ja. Und das ist schade. Das ist echt schade. Das ist schade, ja. 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 Weißt du, was das Schöne ist? Als du hier warst, haben wir ja den einen Tag auch, ich glaube, wir haben den zweiten Tag, wo du da warst, neun Stunden gequatscht. Also einfach nur gequatscht. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und ich kann mit dir so schön über allen Scheiß reden. wirklich über, also, und man findet immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, und das ist, man findet so Gemeinsamkeiten und denkt so, ey, ich sehe das ganz genauso. Das ist schön. Ja gut, wir haben halt auch den gemeinsamen, das gemeinsame Hobby. Gut, du kochst halt, aber du backst auch, du machst eigentlich beides, aber auch so diese Selbstständigkeit, Foodtuber oder Streaming oder so, das ist ja auch genau meins. Und da hat man, haben wir natürlich auch viele Gemeinsamkeiten, obwohl wir uns, wir kennen uns schon so viele Jahre und eigentlich nur virtuell. Ja. Deswegen, ja, und wenn man sich dann sieht, ja, man kennt sich, auch wenn man sich das erste Mal dann live sieht, man kennt sich ja trotzdem schon seit Jahren. Ja. Soll ich dir mal was verraten? Was denn? Als wir uns das erste Mal auf der Kreativmesse gesehen haben. Da habe ich dich gar nicht erkannt. Das war mir so peinlich. Das ist nicht schlimm, aber es war für mich ein Fangirl-Moment. Ehrlich, ohne Scheiß. Das geht mir ja genauso, wenn ich dann die andere Leute sehe, die ich aus dem Fernsehen oder von YouTube oder was weiß ich, von woher kenne und oder gesehen habe. Und ja, ich habe dich ja da gar nicht erkannt. Gut, es war auch sehr stressig gewesen. Das stimmt, ja. Den Moment, als du da auf einmal vor mir standst und ich erst mal so, wer bist du? Ja, aber gut, du musstest ja dann nur deinen Namen sagen und dann sind bei mir ja tausend Groschen gefallen und dann war das ja auch in Ordnung gewesen. Ja, aber ich kann das voll und ganz nachvollziehen. Mir geht das genauso, so wenn ich, ob es jetzt die Kandidaten und Kandidatinnen vom Großen Backen sind oder ob ich jemand anderes sehe, die ich kenne oder. Ich hatte mal Kontakt mit Amira Pocher gehabt. Das war auch so, wir haben uns Sprachnachrichten, weil sie mal eine Torte für ihr Kind von mir gebacken hat und da ein bisschen meine Hilfe brauchte. Da war mal so ein bisschen Kontakt mit Amira Pocher oder wen habe ich schon getroffen? Ecofresh habe ich letztes Jahr getroffen. Echt? Okay. Ja, ich war auf einem Event, da war Ecofresh auch da. Okay. Das war schon, das war schon cool gewesen und da entstehen natürlich definitiv bei mir auch so Fangirl-Evente, wo ich einfach die Menschen, die ich aus dem Fernsehen kenne, die auf einmal live zu treffen oder wenn es auch Foodtuber oder YouTuber sind, die man auf einmal live trifft, die man eigentlich vielleicht nur vom Bildschirm her kennt. Ja, ja. Ja, oder einfach, oder vielleicht noch nicht mal trifft, vielleicht einfach mit denen in Kontakt hat, wie es jetzt zum Beispiel damals mit Amira Pocher war. Ja, das fand ich auch ganz cool, als wir uns die Sprachnachrichten da hin und her geschickt haben oder, ja, oder Helene Fischer, die ich mal getroffen habe und, ja, da könnte ich noch viel mehr aufzählen, Menschen, die ich in meinem Leben mal getroffen habe. Sehr, sehr cool. Kann ich verstehen. Ich habe mal Vin Diesel getroffen. Oh, wie cool. Ja, ja. Und Charlize Theron, beide gleichzeitig. Sehr geil. Wir waren auf dem roten Teppich zusammen. Echt? Ja. So weit bin ich noch nicht mit meinen Stars, die ich schon getroffen habe. Oh, das war so cool. Das war, ich bin ja sowieso, gerade was Autos angeht, so ein bisschen bekloppt, ne? Also, so Autotuning und so schon immer gewesen. Aber das war, das war schon, puh, ja. Sehr cool. Sehr cool. Ja, ist schon was Besonderes, so ein Moment. Ja. Ja, da will man sich dann 14 Tage nicht die Hände waschen, weiß ich. Hast du das bei mir auch, als du mich getroffen hast? Natürlich. Du musst dir jetzt 14 Tage nicht die Hände. Nein. Ja. Nein. Aber es war wirklich schön. Und ich freue mich, wenn wir das wiederholen. Hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Haben wir festgemacht, ja. Genau. Es war noch kein Datum, aber wir haben das schon so eigentlich wieder ausgemacht, dass ich sehr gerne wiederkomme. Jetzt sehen wir uns ja das nächste Mal. Ich hoffe, du schaffst das gesundheitlich. Wenn nicht, komme ich dich wenigstens abends besuchen. Ja. Nach der Messe, wenn wir in Berlin auf der Kreativmesse sind, vom, ich glaube, vom 6. bis 8. Oktober, da bin ich ja auf der Berlin-Kreativmesse mit meinem Stand und ich denke mal, spätestens da sehen wir uns. Sehen wir uns wieder. Genau. Das denke ich auch. Da freue ich mich auch schon drauf. Können wir ein bisschen kratschen, abends gehen wir essen und dann. Genau. Diesmal können wir nicht Sushi essen gehen. Nee. Nee. Nee, können wir nicht. Nee. Aber weißt du, mein Mann, ja genau, und mein Mann hat sich hingestellt und hat gesagt, du gehst ohne mich Sushi essen. Sushi essen. Und ich so, ja, ja gut, wir haben das ja letzten Dienstag ganz spontan entschlossen, als wir uns in der Stadt getroffen haben, dass wir Sushi essen gehen. Das war ja auch so ein ganz spontanes Essen mit dir. Nee, aber wir werden bestimmt was anderes, du wirst bestimmt was anderes Leckeres im Petto haben, wo wir dann abends gerne hingehen können. Na klar, na klar. Ja, okay. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir heute schon wieder, haben wir schon wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht? Ich habe gar nicht so genau auf die Uhr geguckt, aber es ist also, ja, gute halbe Stunde ist es auf jeden Fall, aber ich habe jetzt gar nicht so genau auf die Uhr geguckt. Okay. Ja, aber ich finde das mal ganz nett, auch so ein bisschen die, unsere Zuschauer, Schrägstrich Zuhörer, vielleicht auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu lassen. Ja. Und einfach so aus unseren Erfahrungen, aus unserem Leben als Food-Youtuber da einfach so ein bisschen zu sprechen. Wir schweifen zwar immer ab, aber ich finde das eigentlich auch ganz nett. Man darf auch mal abschweifen und was anderes erzählen, oder? Ja, ich finde auch. Außerdem haben wir uns ja eigentlich im Grunde genommen um dieses Thema drumherum gehangelt. Ja, das stimmt. Ja, also ich finde so wirklich abgeschweift sind wir ja nicht und haben eigentlich immer so ein bisschen im Blick gehabt, was das Grundthema war. Ich hoffe natürlich, dass der Podcast von vielleicht dem einen oder anderen gehört wird, der Bock auf den Food-Advents-Kalender hat und uns gerne anschreiben kann. E-Mail-Adressen schreiben wir in die Videobeschreibung. Genau. Und ansonsten sehen wir uns tatsächlich garantiert bestimmt zum nächsten Podcast bald wieder. Wenn, dann hören wir uns zum nächsten Podcast. Aber auch zum nächsten Video sehen wir uns bestimmt bald. Ja, also wenigstens von deiner Seite. Weil Backen und Kochen ist gerade schwierig. Ja, das stimmt. Wobei ich sitze gerade hier sowieso am PC und schneide mein Video. Aber ich denke mal, mein Video kommt vor dem Podcast. Also wenn ihr diesen Podcast hört, dürfte eigentlich mein Video schon online sein. Ich habe nämlich, ja, ich habe mal was Herzhaftes gemacht. Nein. Echt? Okay. Übrigens, was ich dir sagen wollte, wenn du den Stream von uns beiden haben möchtest, musst du nur Bescheid sagen. Ich kann dir den schicken. So drei Stunden nachgucken? Ich habe aber mal bei Twitch habe ich schon reingeguckt und habe auch mal so die erste halbe Stunde mir angeguckt. Aber so drei Stunden nachgucken ist halt echt schon viel. Ja. Und die liebe Carina hat mir ja auch Links geschickt von diesen, was sind das so, Trailer? Clips, ne? Clips, genau. Genau, die habe ich mir auch angeguckt. Sehr spaßig. Ja. Ja. Nee, aber ich überlege tatsächlich, ob ich eventuell aus dem Stream so eine kurze Zusammenfassung schneide, und das als Video hochlade. Oh, das wäre ja, du meinst auf YouTube? Ja, genau. Oder auf Twitch? Nee, nee, auf YouTube. Ja. Ja, das wäre ja cool. Ja, also wenn du möchtest, kann ich das gerne machen und dann, schicke ich dir das auch? Ja, mach das gerne. Ja, okay. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Siehst du? Ja. Dann zeigen wir den Leuten mal, wie es gewesen ist. Ja, so einen kleinen Einblick in die dreieinhalb Stunden. Ja, aber die Zeit fliegt. Das ist genauso, wie hier im Podcast, so eine Dreiviertelstunde fliegt immer. Und man möchte eigentlich noch so viel erzählen, aber das sparen wir uns dann alles fürs nächste Mal auf. Genau. Es gibt nicht so viele Themen zu besprechen. Wenn ihr Themen habt, wie immer, schreibt es gerne in die Kommentare, über was wir mal sprechen sollten. Es sollte natürlich schon auch so aus unserem Bereich sein, weil das sind einfach die Dinge, wo wir uns super, super gut auch auskennen und was uns auch echt Spaß macht und das immer wieder auch mitzuteilen. Also schreibt uns gerne auch mal Themen, die euch interessieren, in die Kommentare und vor allem nicht vergessen, egal ob großer Kanal, kleiner Kanal, Kochkanal, Backkanal oder wie ich ganz zu Anfang gesagt habe, vielleicht so ein weihnachtlicher Bastel-Video. Wäre vielleicht auch für den Adventskalender nicht schlecht. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Wir sind immer auf der Suche nach kreativen Köpfen im Kochen, Backen, Basteln etc. und könnt ihr uns gerne anschreiben und uns Bescheid geben, wenn ihr da Bock habt, ein Türchen des Adventskalenders in diesem Jahr zu bestücken. Und falls ihr den Adventskalender noch nicht kennt, bei YouTube einfach mal Hashtag F-U-A-K eingeben. Da werden immer Videos angezeigt. Da kann man da einfach mal reingucken. Genau. Ja. Ja. Super. Meine Liebe, es hat mir wieder riesen Spaß gemacht mit dir. Es ist einfach, es ist einfach, ach, ich möchte dich gerade gerne umarmen. Fühl dich umarmt. So, ich umarme. Ja. Ich gucke so. Ah. Okay. Genau. Vielen, vielen Dank, dass wir heute wieder miteinander quatschen durften konnten. Ich bin halt ein Fangirl. So, ich gebe es ja zu. Edge. Ich gucke jetzt gerade. Weißt du? Und ich gucke zur Seite und denke so, oh Mann, ey, kacke. Nein, hat wieder mega viel Spaß gemacht und ja, auch an die Zuhörer natürlich dickes, dickes Dankeschön, dass ihr bis jetzt, bis zum Schluss drangeblieben seid und uns zugehört habt und ich hoffe, es hat euch ein bisschen interessiert, was wir hier so sinnvolles oder sinnloses, je nachdem, wie ihr das sehen möchtet, gequatscht haben und ja, vielen, vielen Dank an alle und habt noch einen wunderschönen Tag. Auch dir, liebe Annette, vielen, vielen Dank, dass wir hier wieder zusammen aufgenommen haben. Ich wünsche dir gute, gute Besserung für deinen Arm, der dich ja momentan extrem ausnockt und ja, wir hören uns, sehen uns mit Sicherheit bald wieder. Ja. Ich hoffe. Ja. Alles klar. Also vielen Dank, dass ihr da gewesen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich möchte mich auch ganz kurz von euch verabschieden und wir hören uns ganz bald wieder. Ja. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.